Ich unterstütze die Aktion Stimmen des Nordens gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Die große Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, um Schutz und Hilfe zu suchen, werden uns vor große Herausforderungen stellen. Aber ich bin sicher, Deutschland kann das schaffen, wenn wir gut zusammenhalten. Was ganz wichtig ist, ist, dass wir denjenigen, die jetzt fremdenfeindliche Parolen rufen, die Straftaten begehen, ganz klar entgegentreten. Wir müssen zeigen, wir sind die Mehrheit in Deutschland. Wir, diejenigen, die ganz klar sagen, es ist ein Gebot der Menschlichkeit, Flüchtlinge, die in ihrer Heimat Schlimmstes zu befürchten haben, hier aufzunehmen und ihnen Schutz zu geben und sie willkommen zu heißen. Das tun wir gemeinsam mit dieser Aktion. Wir, diejenigen, die Hafe der Ärger System. Wir müssen herausfinden Variation nach Schmerzen. Wir müssen jetzt ogilend sein, dass wir die bestenığen happens.